. Er ist seit 17 Jahren Polizist. Kannst du mir einen Leichertransport aufbieten? Hier ist ein Fensterhof. Die gefährlichste Variante ist Täter, wenn oder dann. Das Adrenalin fliesst schon extrem durch meine Blutbahnen. Das spüre ich recht. Sie schliessen jetzt die Polizeischuhe ab. Hässliche Gewalt, ja, das ist super. . Eine gute Idee kann man sonst auch via DNA machen von den Kindern, oder? Ja, könnte man auch. Geht es später im IRM oder visuell? Oder macht man das mit dem Zaunschirm? Genau. Muss man noch die Fahndung ins Boot holen? Die sind, glaube ich, ein Lead für die Idee. Der Eif Schapwi kommt am Dienstagmorgen, kurz vor 7 Uhr, beim Stauwärts Biersfelden an. In der Nacht auf Hütze sei hier ein Leich angespielt worden, erzählt ein Mitarbeiter des Stauwärts, den Polizisten. Und gestern Abend wurde eine Frau als vermisst gemeldet. Es könnte gut sein, dass die Vermisste jetzt tot ist. Ich habe verstanden. Hast du schon ein Aufgebot rausgelassen? Ähm, Forensik und IRM. Wir haben hier eine weibliche Person im Rechen. Identität ist noch nicht klar. Aber definitiv eine Person, verstorben. Kannst du mir das Aufgebot rauslassen? Antwort. Ja, der Superstar, der kann mich dann aufs Hotel anrufen. Ich bin Sachbearbeiter. Schön sieht es nicht aus. Echt? Ja, gut. Wir haben uns halt so ausgesehen. Also Identifikation kannst du optisch eh nicht machen. Das kann ich so nicht sagen. Das weiss ich nicht. Weil es ist verdeckt, es ist noch ein bisschen Schwemmholz drin. Da siehst du nicht viel, siehst du. Ja. Aha. Kopf ist irgendwo. Ja, doch. Okay. Warte. Yves Schabwy und seine Kollegen bauen ein Zelt auf. In diesem Sinne kann die aufgebotene Rechtsmedizinerin gleich später untersuchen, geschützt vor den Blick der Kraftwerksmitarbeiter. Yves Schabwy ist seit 17 Jahren Polizist. Aber mit Wasserleichen hatte es kaum je zu tun. Hm. Ich glaube, die zweite. Der erste war ich etwas weiter weg. Und das ist jetzt eigentlich die erste, die ich näher daran sehe. Yves Schabwy bringt alle auf den gleichen Wissensstand. Die Bikke-Offizierin, die gekommen ist, die Forensiker und die Rechtsmedizinerin. 252 ist die Meldung eingegangen vom Fund hier am Rechen. Der Mitarbeiter vom Kraftwerk hat die Rechenanlage geputzt, den Schacht und hat dann die Leiche festgestellt. Die Rechtsmedizinerin macht sich parat. Mit dieser Maschine wird normalerweise Treibgut aus dem Rechen geholt. Jetzt hat es dort einen toten Körper, der zum vorbereiteten Zelt gefahren wird. Die Identität können sie visuell mit allergrössten Wahrscheinlichkeit klären. Zusätzlich wird aber noch eine DNA-Probe genommen. Yves Schabwy und die Bikke-Offizierin koordinieren die weiteren Schritte mit der Staatsanwältin, die gekommen ist. Die Experten sollen zusammen klären, ob es sich um ein Verbrechen, einen Unfall oder einen Suizid handelt. Kannst du mir einen Leichertransport aufbieten? Der Kraftwerk Biersfelde. Im Auftrag stehen, wo geht es ins IRM? Yves Schabwy hat jetzt eine sehr sensible Aufgabe. Er fährt zusammen mit der Bikke-Offizierin zu den Angehörigen und überbringt ihnen die Todesnachricht. Das Polizeicor Basel-Landschaft bereitet seinen Nachwuchs auf die Abschlussprüfungen an der Polizeischule vor, die jetzt anstehen. Diana Stierli und Nando Wietrich bekommen die Chance, am Samstagmorgen verschiedene Szenarien nochmals durchzuspielen und zu vertiefen. Heute ist das Thema Einbruchdiebstahl. Herr Riethoff hat gemeldet, dass in sein Geschäft an die Bahnhofstrasse eingebrochen wurde. Diverse Gegenstände wurden entwendet. Eine Person konnte ihn nicht mehr antreffen, aber es herrscht eine Unordnung im Gebäude. Also, verstanden, wir fahren. Verstanden. Die vöerlichste Variante ist, dass die Täter noch dann wäre. Ja, genau. Die wahrscheinlichste Variante ist, dass sie schon weg wäre. Das heisst, wir würden einfach eine grosse Unordnung antreffen, wahrscheinlich Wertgegenstände, die weg sind. In einem Büro könnten das gute Laptop sein oder vielleicht die Kasse, wo das Firmengeld aufbewahrt ist. Ja. Hier ist ein Fensterhof mit zwei Fensterhof. Okay. Taktische Begehung vom Tatort heisst das. Wollen wir hier noch in den Schrank schauen? Ja. Okay. Ist das gut? Ja. Mach auf. Ja. Okay, super. Hier noch schnell schauen. Ja. Biers Zentralhof, Biers F01. Antworten. Verstanden, Ansatz? Verstanden. Wir haben keine Tätenschaft vor Ort gefunden. Wir haben die Räumlichkeiten durchsucht. Wir sollten den KTD haben. Jetzt wechselt der Instruktor seine Rolle. Er wird zum Geschädigten. Achtung! Laufen Sie mit dem Kollegen! Okay. In diesem Raum fehlt noch nichts. Hey, Gustav! Hey, Adres, Ali! Ich kümmere mich um ihn. Du hast eine Einprobe erwartet? Unglaublich! Grüeziwoll, Polizei, Basel Landschaft. Mein Name ist Tierli. Grüeziwoll. Ihr seid der Nachbar von mir? Ja, genau. Ich arbeite hier. Okay. Ah, okay. Die unerwartete Entwicklik bringt Diana Stierli und Nando Wütrich aus dem Konzept. Und die aufgebrochene Geldkassette unten. Mit dem Brecheisen. Ähm, genau. Diana Stierli verliert den rote Faden. Nein, oje. Nein, einfach für alle Patrouillen. Warte, warte, warte. Schnauf schnell durch. Ja. Ja, ist gut. Kannst du noch mal schnell überlegen? Von jetzt an ist der Wurm drin. Und zwar haben sie einerseits die Möglichkeit, den Strafantrag wegen dem Einbruchdiebstahl zu stellen. Sie hätten dann, wenn sie ihn gestellt hätten, später Zeit, den zurückzuziehen. Und zwar bis zur zweiten gerichtlichen Instanz. Dann bräuchte ich hier eine Unterschrift. Plötzlich fällt ihnen auf, dass sie wichtige Spuren über sie haben. Z.B. das potenzielle Einbruchswerkzeug. Jetzt ist die Frage, wem gehört der Schraubenzieher? Ja, das müssen wir schon erinnern können. Das ist noch schnell mitgekommen. Wir müssen noch schnell das eine Fenster anschauen. Und was dort aus den Schubladen fehlt. Ja. Ein grober Schnitzer. Im Ernstfall könnte sie den Schraubenzieher nämlich durch die DNA-Spuren zum Täter führen. Zeit für ein Fazit. Das mit dem einen der Runden, das ging vergessen. Das war etwas eklig. Aber dementsprechend finde ich, es konnten wir noch einigermassen errichten. Ich denke, es gab diverse Optimierungssachen. Also ja, für mich war es zuerst einmal eine sichrende Person. Ich mache definitiv Liebensprecher. Ich habe gemerkt, mir fehlt total der Rotfaden. Wir sind auf einem guten Weg. Wie du aber gesagt hast, es ist nicht noch Luft nach oben. Wenn ihr jetzt eine koordinierter Ablauf habt, dann müsst ihr wissen, was wir machen müssen. Am Anfang strukturiert, euch getrauen zu an. Warten Sie, ich muss zuerst das. Und nicht draus bringen. Dann sind wir gut unterwegs. Ich gehe mit einem guten Gefühl an die Prüfung. Ich denke, wir sind gut vorbereitet. Jetzt werden wir vom Gorn noch mal ein bisschen unterstützt. Und das Gefühl ist gut. Jetzt ist nur noch die Frage, ob man an diesem Tag die Leistungen so bringen kann, wie man das gerne hätte. Oder ob es nicht so gut rauskommt. Aber das Gefühl ist gut. Die durchzogene Generalprobe gibt Jana Stierli mehr zu denken. Wenn ich jetzt in die Prüfung reingehe, denke ich, schon kritisch würde ich sagen. Ich denke, man muss enorm aufpassen auf die Sachen. Und dass man den roten Faden behält. Das ist so wichtig. Wenn man den einen verliert, dann ist es schwierig, ihn wieder einzufangen. Yves Schapwey sagt, das Überbringen der Todesnachrichte vom Vormittag sei ihm nahegegangen. Er wirkt nachdenklich, als er die Nachtschicht anfängt. Und schon kommt der erste Funkspruch. Ein neuer Fall. Neue Menschen mit einer neuen Geschichte. Alzheimer ist natürlich doof, oder? Ja. Er war 6 aus dem Haus. Ja, 6 zu spazieren. Ich träume mich nicht weiter. Ein Alzheimer-kranker Mann ist alleine spazieren und nicht mehr nach Hause gekommen. Seine Frau ist verzweifelt. Martin, du schickst Lars und Claudio das Foto? Ja, ich bin jetzt gleich dran. Ich sage ihm das mal schnell. Zur Kenntnis, Lars und Claudio, Martin hat euch im IMPs aktuelles Foto geschickt. Ist das schon mal nicht zurückgekommen? Ist das schon mal passiert? Passiert. Ja, das ist schon länger. Ja, das ist schon mal 4 Std. spazieren. Ich habe die Polizei gearbeitet. Das war schon am Nachmittag. Und wenn ich das Telefon abgegeben habe, ist das schon aufgetaucht. Das ist ja der beste Ding, was ich da ... Ich habe natürlich angerufen. Ja, genau. Das gibt es täglich, dass wir solche Sachen haben. Jetzt schnell zu eurer Info. Wir haben zwei Patrouillen, die draussen am Verhanden sind. Weiter bieten wir einen Personenspürhund auf, den wir zur Verfügung haben. Der Hundeführer wird wahrscheinlich hierher kommen und euch nach einem Geruchsgegenstand fragen. Aber er will das selber auswählen. Ihr müsst nicht irgendetwas bereit machen. Er muss das selber aussuchen mit euch. Und dann gibt es wahrscheinlich eine Suche. Ja. Jetzt kommen wir zur Kleidung. Was hatte er an? Hat er eine Kopfbedeckung an? Nein. Eine Jacke? Nein. Ein Mantel? Nein, nicht so. Gulofer? Hat er nicht ein Hemmchen? Statur, schlank, athletisch, mittel, mager oder fest? Ender schlank. Schlank, ja. Gut. Und die Hohrefarbe? So, wie sie hier auf dem Foto liegt. Ich glaube, ich bin auch genug, wie wir von sich jetzt schwachen machen. Doch, ich kann mir das vorstellen. Wie lange sind sie das auch an? Ja. Die Hundeführerin ist gekommen und sucht Geruchsgegenstände. Welches Zahnwäschchen ist hier? Das blau oder das rote? Das rote. Gut. Und jetzt könnt ihr es mir einfach noch schnell zeigen. Und die Wäsche ... Ähm ... Das hat hier ... Nichts. Nein, das hat er auch gehabt. Als die Hundeführerin dran ist, Geruchsgegenstände einzusammeln, kommt über den Funk die Nachricht, dass der Mann im Nachbarskanton Solothurn gefunden wurde. Wo und wie, ist noch nicht klar. Die Solothurnen bringen und sind in ein paar Minuten hier. Oh, Gott sei Dank. Sie bringen ihn und gehen ihn empfangen. Wie geht's ihm? Das können Sie am besten beurteilen, wenn Sie mich runterkommen? Ja, gerne. Können Sie? Nach sechs schlimmen Stunden bringt die Kantonspolizei Solothurn den Mann wieder heim. Es kommt oft vor, dass natürlich Leute vermisst gemeldet werden. Und umso schöner, wenn sie unmittelbar nach der Vermisstmeldung wieder vorkommen, wie jetzt das der Fall war. Das ist für uns auch angenehm natürlich. Es ist ein ungutes Gefühl, wenn man einem Tagdienst eine Meldung übergeben muss und dann die Suche weitergehen muss. Und die Ungewissheit für die Angehörigen ist natürlich extrem. Oder die Angst, die diese Leute sehen. Ein Happy End kurz vor Mitternacht. Ob es auch an der interkantonalen Polizeischule Hitzkirche ein Happy End gibt, kommt jetzt aus. Für Diana Stierli und ihre Kollegen fangen die Abschlussprüfungen an. Zwei Wochen lang wird ihr ein theoretisches und praktisches Wissen testet. Das Adrenalin fliesst schon extrem durch meine Blutbahnen. Das spüre ich recht. Aber ich denke, dass ich mich nicht beeinflussen lassen darf. Es hat ja schlussendlich auch etwas Gutes. Nervosität, Aufregung. Die praktischen Prüfungen machen es Zweite. Teams wurden ausgelöst. Die Baselbieterin Diana Stierli hat einen Solothurner zugeteilt bekommen. Das Thema der heutigen Prüfung erfahren sie erst jetzt. Sie müssen alles können. Aber das eine liegt dem natürlich mehr als das andere. Erleichtert würde ich sagen. Ich hatte gehofft, dass wir einen Verkehrsunfall haben. Ein letzter Blick auf die Checkliste. Diana Stierli muss versuchen, den rote Faden nicht zu verlieren. Sie halten auch die Nerven? Diana und Adrian. Guten Morgen. Die Prüfungsexperten kontrollieren die Personalien der Prüflinge. Dann geht es los. Dann geht es los. An den Prüfungen sind keine Kameras erlaubt. Erst nachher darf man wieder filmen. Die Struktur hat ein bisschen gefehlt. Auch der rote Faden kann. Einige ist die Einzelklache. Dann hat er auch wieder etwas gemacht. Mit den Fotos und so. Das ist ein bisschen ... Ja, also zu wenig zu Ende gedacht. Zwischen die Bilanz der Experten durchgezogen. Jetzt kommt es darauf an, ob sie das, was jetzt draussen erarbeitet haben, ob sie das schlussendlich aufs Barbier kriegen und die Zusammenhänge sehen und die rechtlich würdigen und vornehmen können. Ja. Gegen Mittag haben sie es geschafft. Ja, ich würde sagen, bei den Übungen ist es zusammen noch besser gelaufen, habe ich das Gefühl. Ich habe definitiv den Einfluss meiner Nervosität heute gemerkt. Im Grossen und Ganzen können wir zufrieden sein. Ja. Ich glaube auch, wir haben alles Wichtige ausfüllen. Ja. Die Noten sagt man ihnen erst später. Auch für Nando Wiedrich gilt es jetzt ernst. Heute, der ultimative Briefungstag, bin ich schon nervös, aber ich fühle mich grundsätzlich gut vorbereitet. Jetzt ist eigentlich noch die Zeit unserer grössten Gegner bei dieser Briefung. Einfach nicht aus dem Konzept bringen lassen, klar und sachlich arbeiten. Dann sollte man das schon einigermassen anbekommen. Der Baselbieter Nando Wiedrich macht die praktischen Briefungen mit einem Zugger. So, herzlich willkommen. Vor allem ihr, die einen viergeladen Termin haben, dürft ihr bitte reinkommen. Jetzt erfahren sie ihr Briefungsthema. Häusliche Gewalt, ja, das ist super. Das war jetzt einer meiner Favoriten. Ich sehe jetzt. Ich würde dort entsprechende Parten benutzen wie letztes Mal. Genau. Ich stelle den Fuss gerade durch. Ja. Durch die Räume durch mit dem Opfer. Ja. Das werde ich machen. Die ganze Briefung dauert nicht mehr zu genießen. Einen Teil ist das Informieren, das dauert 45 Minuten. Und das andere Teil ist das Rapportieren, von dem, was wir hier angetroffen haben. Auch das dauert 45 Minuten. Wenn ihr Absprache macht miteinander, so redet, dass wir es verstehen können. Wenn ihr sonst im Einsatz seid, flüstert ihr, das ist uns klar. Aber wir müssen hören, was ihr miteinander schenkt. Also, Einsatzpatrouille Rogge muss Herr Wiedrich von Einsatzzentralen antworten. Verstanden, antworten. Verstanden. Fahrt nach 62 85 Hetzkirche. Durchstrasse 2. Ich komme eine Meldung von einer Person, die zufällig an einem Mehrfamilienhaus vorbei geworfen ist. Und der gehört, dass aus dem 2. Stock ein lauter Streit zu hören sei. Haben Sie das verstanden? Verstanden. Ist gut, haben Sie die Fahrung vor Ort? Ja, verstanden. Auch da sind während der Prüfung keine Aufnahmen erlaubt. Erst nachher wieder. Also, wir verabschieden euch von dieser Prüfung. Der erste Teil ist durch. Wir wünschen euch von Herzen, dass ihr das weiterhin gut macht. Toi, toi, toi. Vielen Dank. Zufrieden, ja. Klar, es gibt immer Optimierungsmöglichkeiten, aber ich denke, im Gros ist das so abgelaufen, wie wir es trainiert haben. Keine unerwarteten Sachen kamen. Wir konnten uns wirklich gut auf die Sachen fokussieren. Ob es bestanden haben und mit welcher Noten, erfährt es in ein paar Tagen. Schönen Tag miteinander. Tschüss zusammen. Bis später, ja. Der Alltag als Polizist kann dann später so aussehen. Also, es ist A2 Richtung Basel. Wir sind rausgefahren. Hast du schon ein Signal gestellt? Nein, das mache ich nachher. Geht sie? Ich mache meinen Vorsignal an. Ja, das ist gut. Geht sie? Sind Sie der Lenker vom Bumwagen? Okay. Dann können wir schnell erklären, was passiert ist. Also, ich bin auf der Mitte als Sport gefahren. Ja. Und da war so ein stehender Stolz. Ja, ja. Also dann so ein bisschen rück. Ja, ja. Ja. Und da sind wir gestalmt. Und dann ist der Fortrand gefahren. Und ich muss nach hinten schauen. Und dann kommt plötzlich mit dem Mann nach hinten nach vorne. Juuu! Und dann hat man gleich den Berg abgeschritten. Ja. Und er wollte auch noch flüchten. Und die Kollision im Fahrzeug? Also, ich habe bis jetzt nichts gesehen. Okay. Gut. Wie ist das aus eurer Sicht abgelaufen? Er ist voll Gas endlich. Mhm. Und dann ... Plötzlich langsam bin ich am Spur hinein. Und dann geht ihn ganz links hinein. Kommt zu mir. Und da ist ein Stau, oder? Da bin ich am Stauanhalter. Mhm. Und dann kommt er zu mir, die Tür an ihn schlagen. Und mich folgenden Arschlug sagen. Mhm. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, du, jetzt kann man das hier nicht anhalten. Wir haben viel Verkehr. Dann fährst du hinter mir. Wir finden etwas Platz, wo man es anhalten muss. Mhm. Und dann werde ich hier rausfahren. Und da ist eigentlich ... Mhm. Okay. Ja. Er wollte sicher nicht flüchten, versichert er Amif Chapuis. Ja. Ja. der Lastwagenfahrer hat gesagt, er soll ihm dann nachfahren. Die haben Kontakt gehabt, er soll ihm nachfahren, dass sie ihn in einem Plätzchen finden. Und der Wohnwagenfahrer hat scheinbar noch Schimpfwörter ausgeteilt. Ja. Ja. also, das wegen der Fahrerflucht ist mir schwierig. Also, erstens keine richtige Kollision, oder? Kein Schaden. Also, ich sehe gar nichts am Spiegel. Also, wir schnell mit dem Kollegen beraten, wie wir es machen. Also, von unserer Seite müssen wir da nicht einen Rapport schreiben. Oder? Das ist nicht in diesem Sinne ein Verkehrsunfall, im klassischen Sinne. Es hat der Kontakt stattgefunden. Der Spiegel ist etwas kaputt. Ja, da ist ein kleiner Kräbel drin. Ein Kräbel, ja. Ja. Da kann man darüber diskutieren, ob das Sinn macht, das zu entschädigen oder nicht. Die können die Adresse austauschen, falls noch irgendetwas ist. Wir haben nochmals alles aufgenommen. Die Teurausweisdaten. Von den Autos haben wir es aufgenommen. Also, von uns aus passiert nichts. Ja. Es ist irgendetwas passiert. Es ist kein Problem, wenn etwas passiert. Ja. Es ist schon etwas passiert. Ja, etwas passiert ist. Und jetzt kommt das andere. Er sagt, Sie haben immer noch Arschloch gesagt. Sicher noch nicht mal Arschloch. Wenn einer davon fährt. Ja. Wenn einer davon fährt. Ja. Das ist jetzt ... Das ist für einen Schluss. Nein. Das spürt ihr mich. Wenn wir jetzt anfangen, alles gegeneinander auszulegen, dann sind wir am Schluss noch bei einer Anzeigung wegen Drohung oder Beschimpfung und so. Das brauchen wir nicht. Nein, das ist ... Nein, für mich ist es auch erledigt. Ich darf wegen dem sagen, trotzdem ist es ein Arschloch. Das ist Führerfrucht und das ist nicht in Ordnung. Aber ... Das mit dem Schimpfwort könnt ihr denken, aber das will ich jetzt hier nicht mehr hören. Bitte. Es ist niemand, was passiert. Das sind eure Ausweise. Vielen Dank. Gut. Also, dürfen wir weiterfahren, dann können wir hier wieder aufmachen. Und ich sage dann die Schuldigung. Aber du musst auch Schuldigen sagen, wegen dem Arschloch. Ja, ich würde jetzt ... Ich würde jetzt ... Ja. Das kann man nicht verlangen. Es wäre schön, aber man kann es nicht verlangen. Dann machen wir weiter. Vielen Dank. Wir müssen auch arbeiten. Schönen Tag. Ade. Gut. Oh je. Das ist wieder der Klassiker der Automobilisten. In der Hitze des Gefechts gehen die Gemüter hoch. Und der eine hat dem anderen ein Arschloch gesagt. Und er ist dabei blieben. Ein Ziegen-Arschloch. Ah ja. Das ist unmöglich. Da muss man einfach auf die Vernunft appellieren. Und der Verkehrsunfall ist gar nicht mehr das grosse Problem. Das ist die Zentrale von 11.02.15 Uhr. Ja, der Unfall A2 Richtung Basel. Das haben wir entgegen genommen. Das war eine kleine Sache. Der Überbreitspiegel, der abgekallt ist. Da kann man die Signalisation wieder rausnehmen. Alles. Wir sind wieder frei. Zeit, einmal tief durchzuschnaufen. Im Polizeiposterino in der Nähe. Wir haben den Frieden hier. Ein hinter und ausser Plätzchen, wo wir Pause machen können. Und wenn gerade nichts läuft, können wir zusammen etwas kochen. Das ist eben auch viel wert. Man kann die Kameradschaft pflegen. So. Jetzt gehen wir grillen. Ja. Es könnte jederzeit ein Einsatz kommen. Dann wäre es vorbei mit der Gemütlichkeit. Ja. Wenn es jetzt rufen, dann müssen wir abstellen und gehen. Das wäre jetzt saublöd. Das ist gerade die heisse Phase im wahrsten Sinne des Wortes. Auch Polizisten müssen es nachts essen. Reif Schabui sagt, die fachlichen Kompetenzen seien zentral für einen guten Polizisten. Die sozialen Kompetenzen aber auch. Und man müsse ein Teamplayer sein. Wenn man ein einzelner Kämpfer ist, kommt es nicht gut. Man kommt immer wieder in Situationen, in denen man den Kollegen braucht. Und das Vertrauen muss hoch sein. Das ist der Tag der Wahrheit an der Polizeischule Sitzkirche. Heute haben die Aspirantinnen und Aspiranten erfahren, ob sie die Abschlussprüfungen bestanden haben. Diana Stierli und Nando Wietrich dürfen sich freuen. Sie haben es geschafft. Für mich ist ein wunderschöner Moment. Unglaublich. Es ist mir ein mega Stein vom HZ. Wie du sagst, eine Erleichterung. Es ist auch irgendwie ein Zeichen dafür, dass sich die ganze harte Arbeit gelohnt hat. Im Endeffekt in acht Monaten. Auf das haben wir gearbeitet. Und jetzt ist die Freude gross. Und die Erleichterung ist sogar noch grösser. Drei sind durchgegangen. Alle anderen wollen das, was sie gelernt haben, jetzt ein Jahr lang in ihren Polizeicorps praktisch an und schliessen die Ausbildung dann mit der eidgenössischen Berufsprüfung ab. Schaut mal, ich drücke hier rein. Ja! Ja, geschätzte Absolventinnen und Absolventen. Sie sehen, viele Herausforderungen kommen auf Sie als Polizistin, als Polizist zu. Sie haben unbestritten einen von den abwechslungsreichsten Berufen gewählt. Liebe Absolventinnen und Absolventen, ich gratuliere Ihnen ganz herzlich zum erfolgreichen Abschluss von diesem Lehrgang bei uns an der IPH. Lassen Sie sich feiern. Sie haben es heute verdient. Genauso wie einen grossen Applaus. Applaus Gut, ab unsere Geisse aufstehen. Ab unsere Geisse rüberkommen. Stirli Jana, Kantonspolizei Basel-Landschafts. Jetzt wählt er Diplom übergeben. Vielen Dank. Gut, Richtig Nando, Kantonspolizei Basel-Landschafts. Mit diesem Diplom können Sie jetzt die zweite praktische Ausbildungsphase in Ihrem Chor anfangen. Ein Häuschen bitte aufsitzen. Ich wünsche Ihnen eine gute Heimkehr und allen Absolventinnen und Absolventen selbstverständlich einen ganz, ganz guten Start und ein sehr erfolgreiches 2-Zu-Ausbildungsjahr. Danke vielmals. Kommen Sie gut heim. Applaus Du? Was hast du verschnitten? 5-4-4. Mit dir kann ich nicht mithalten. 5-5. Beide sind also komfortabel durchgekommen. Das freut auch der Kommandant vom Polizeicor Basel-Landschaft. Also ganz herzliche Gratulation, dass ihr das so gut bestanden habt. Das schwierige Jahr, das spezielle Jahr. Viel Spass natürlich jetzt in den Ferien. Geniessen Sie es. Herzlich willkommen im Chor. Jetzt geht es los mit der Polizei. Also, ich glaube, jetzt ist es Zeit, dass wir alle einen Schluck nehmen. Das Auto-Aperat. So wohl, Jana. Wir haben es geschafft auf unseren Abschluss. Gratulation. Vorfreude ist riesig jetzt. Den Meilenstein geschafft zu haben und jetzt endlich zurück ins Gorn. Und dann endlich wieder praktisch arbeiten wie im Praktikum eigentlich. Aber jetzt halt mit noch mehr Verantwortung und noch mehr Ausbildung im Hintergrund. Und jetzt ist der Fokus voll darauf, um nachher richtig arbeiten zu können. Und Vorfreude ist riesig. Ich freue mich unglaublich auf das zweite Ausbildungsjahr. Ich freue mich endlich, im Berufsalltag anzukommen. Ich meine, das an der Polizeischule war sehr früh gespielt. Ja. Was soll ich sagen? Also, ich freue mich riesig. Freude herrscht bei allen. Im Alltag, wo jetzt auf sie zukommt, erwartet sie allerdings auch Schwieriges, sagt der Kommandant. Ja, die Stimmung ist gut, aber es ist natürlich auch immer eine hohe Belastung. Das kann man im Moment schon sagen. Also generell läuft es gut. Wir haben viele Positives, die man erlebt. Aber die Tatsache ist, dass wir einen recht Unterbestand haben beim Personal. Dementsprechend ist auch die Anspannung relativ gross bei den Leuten. Sie kommen kaum zum Abarbeiten. Von daher ist das immer so eine gemischte Situation. Guten Morgen zusammen. Herzlich willkommen. Schnell zum heutigen Tag. Wir haben in Allschweil nach wie vor die EBD-Situation mit den zahlreichen Einbrüchen in Wohnhäusern. Jana Stierli, ihr Praxisjahr, fängt an. Heute geht sie das erste Mal auf Patrouille zusammen mit Yves Chapuis. Nach so viel Theorie hat man sie irgendwann einmal gesehen. Klar, die Theorie muss sein. Aber umso grösser hat die Freude auf heute auf eine praktische Teil der Ausbildung der Zukunft. Genau. Hast du einen Kaffee? Ja. Hast du einen Kaffee? Nein, ich habe Kaffee nicht gerne. Okay. Yves Chapuis erinnert sich noch gut an seinen ersten Tag nach der Polizeischule. Man ist unsicher, man ist nervös und versucht, ihn dann irgendwie umzusetzen. Aber das schafft Jana sicher super. Der ist aber voll der Rucksack. Ja. Das ist gut. Danke. Bis zusammen. Man könnte meinen, sie ginge nicht auf Patrouille, sondern länger in die Ferien. Ja, schon ein wenig. Okay, ich habe gerne viel dabei. Ich habe noch mein Subbandsmaterial dabei. Und sonst ein paar Checklisten. Jo. Ich hoffe, ich kann ihn mal brauchen. Kennst du es auch? Ja. Die werden weniger mit den Jahren werden. Okay. Ja, gut. Jana Stierli ist jetzt nicht mehr Aspirantin, sondern Anwärterin. Die letzte Stufe vor der Vereidigung zur Polizistin. Kaum sind sie unterwegs, da fällt ihr ein Autofahrer auf, der nicht angeschnallt ist. Die Polizei, was die Landschaft. Mein Name ist Stierli. Wir haben sie gerade beobachtet, wie sie sich gerade angeordet haben. Ich habe ihn angeschnallt. Ich fahre und dann angeschnallt. Ja, während dem Fahren ist es etwas zu spät. Habt ihr einen Ausweis? Ich habe einen anderen Autofahrer. Immer wenn ich fahre, ich schaue immer. Ja. Ja, wir sind dort aus der Kreuzung herausgefahren. Ja, ich habe gerade nach Wack jetzt. Ja, jetzt schon. Aber wir sind aus der Kreuzung herausgefahren, die sind durchgefahren und haben euch dann angeschnallt, als ihr uns gesehen habt. Nein, nein. Ich mache immer so. Jedes Mal. Immer so. Wann? Wie machen wir das? Jedes Mal, wenn ich anfahre. Eine Verzehrung. Ich habe den Ausweis gerade in einem anderen Bus ein. Danke vielmals. Ich habe einen anderen Bus ein. Ja. Wir arbeiten hier. Wir arbeiten hier. Es ist einfach so, es gibt eine Busse wegen der Gurte. 60 Fr. Ja. Ich muss immer noch nachschauen, welche Ziffer die Ordnungsbusse ist. Das weiss ich nicht auswendig. Hat er eine Lieferwagen? Ja, genau. LfW schreibe ich an. LfW? Ich habe Ihnen zuerst den Ordnungsbusse. Hast du noch etwas? Nein, ist gut. Dann habe ich Ihnen die Ausweis sucht. Bis zum nächsten Mal. Ade und schönen Tag. Danke. Ziffern und Paragrafen wird sie schon bald aus dem FF kennen. Wichtig sei immer auch, seiner Intuition zu vertrauen, sagt Yves Chapuis. Die Strategie ist, dass man die Taktik, die man lernt, in der Boise-Schule gerade jetzt und nachher bei der Weiterbildung strikt einhalten. Aus dem Grund lernt man sie. Aber trotzdem darf man das Bauchgefühl nicht verlieren. Also das Bauchgefühl, das einem sagt, hey, da ist irgendetwas das, niemals aus den Augen. Und das will ich Diana mitgeben für den Start, oder? Los auf das. Und das versäckle dich nicht. Nando Wiedrich mit seinem Vater, der auch Polizist ist. Allerdings nicht in Baselbiet, sondern in Basel. Der Apfel ist also nicht weit vom Stamm gefallen. Ich höre jetzt auf und auch von hier. Es ist gerade ein schöner Übergang. Vor seiner Karriere nach darf ich meine Beenden. Das ist natürlich auch für mich ein Vorteil. Nein, weil wenn wir uns austauschen, kann ich vieles mitnehmen, was vielleicht auch im Vorfeld für mich persönlich noch nicht so klar war. Aber gerade im Umgang mit Menschen oder Umgang mit Problemen unterhalten wir uns doch noch relativ oft darüber unterhalten. Und ich versuche auch hier so viel wie möglich mitzunehmen, damit ich hoffentlich mal ein guter Polizist werde. Polizist sage und bleibe ein Beruf mit vielen Chancen. Ich finde, bei der Polizei hast du auch gewisse Aufstiegsmöglichkeiten. Wenn du dich wirklich bewegen willst, und du versteckst dich nicht nur hintendran, dann kannst du auch sagen, ich habe ein Ziel, ich will gerne ins Kader, ich will gerne in Prävention, ich will Schießinstruktor oder ich will Ausbilder werden. Dann kannst du auch gezielt darauf arbeiten, und kannst dich dort einbringen. Das ist der grosse Vorteil in so einer Organisation. Ich sehe wirklich nur Vorteile von einem Polizisten. Ich könnte das jedem empfehlen, der das werden will. Ich sage, keiner soll es nicht machen. Wenn wir noch mal bestehen, die Polizeischule, das ist eine andere Frage. Wegen der Kameradschaft wurde Nando Wiedrich ein begeisterter Pfad finden. Das gefällt ihm jetzt auch bei der Polizei. Kameradschaft ist schon ... Ja, man muss sich einfach auf die Leute verlassen können. Teilweise gibt es, das habe ich auch schon erlebt, Situationen, in denen es unübersichtlich ist, in denen man das Gefühl hat, dass man ein Riesenkrasse hat. Dann müssen einfach alle, die dort sind, am gleichen Strang ziehen, damit es wieder in die Richtung geht, damit man etwas machen kann. Das ist es auch. Das ist es auch. Das ist es auch. Das ist es auch. Hup, hap, 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 hap. Auch für Nando Wiedrich fängt jetzt das Praxisjahr an. Ich kann dir nicht raten, dass wenn du ein Problem hast, dann ganz klar spreche. Also es gibt bei uns nicht irgendwie ... Dass man sagen muss, die Neuen müssen die ganze Zeit schlucken und das machen, was man ihnen sagt. Also wenn du etwas hast, was du findest, das ist nicht okay, dann sprich es an. Was du nicht machen sollst, ist, geh nicht hin und sag den erfahrenen Kollegen, wie sie arbeiten müssen. Das kommt gar nicht gut an. Dann würde ich vorschlagen, dass wir nach einem Tag noch reden lassen. Weinst du das gut? Sein erster Fall ist ein Einbruchdiebstahl. Die Wohnung wurde offensichtlich durchsucht. Sind Sie alle verstanden? Ja, verstanden. Einbruchdiebstahl, Frankendorf. Jetzt hatten wir die Forensik. Wir hatten eine Einbruchstelle und Werkzeugbehältnisse, die von der Täterschaft sind angelenkt worden. Kurz darauf kommt die Forensik und beginnt mit der Spurensicherung an. Vielleicht hat es neue Mütze-DNA. Wie gehen Sie aus dem Haus am Morgen? Auf die halb neun. Halb neun? Während Nando Wiedrich das aufgelöste Opfer befragt, suchen die Forensiker Fussabdrücke, die die Täter in der Wohnung hinterlassen könnten. Das ist von dir. Das ist von der Frau. Hier wissen wir, die Tür ist abgeschlossen. Es ist die einzige Öffnung. Sie waren drinnen. Also sind sie so rein und so wieder raus. Es ist nie eine Öffnung, wo sie rausgehen könnten. So sieht man es eigentlich gut? So sieht man es eigentlich gut? So sieht man es eigentlich gut? So sieht man es eigentlich gut aus? Wie die Einbrecher vorgegangen sind, ist klar, durch diese Türe sind sie eingedrungen. Jetzt müssen die Polizisten hoffen, dass sie eine der gesicherten Spuren zu den Tätern führt. Dass sie nochmals vorbeikommen, sei sehr unwahrscheinlich, haben sie dem Opfer erklärt. Sie sehen schon lange über alle Berge. Das war gut. Die haben wir gut abgeholt und die fühlt sich hoffentlich wieder ein bisschen sicher. Ja. Gut, ich war jetzt. Die Nachtschicht geht weiter. Und sie werden schon bald als Verstärkung angefordert. Dann gehen wir noch mal zum Auto hinterher. Du machst den Koffer um, ich bringe sie hinterher. Dann fachst du mal einen an. Machst du einen, Fuchs? Ja. Dann ziehen wir sie hier ab. Ein Lieferwagen mit lauter jungen Männern aus Polen ist am Morgen um 3 Uhr auf Nebenstrasse durchs Baselbiet gekurvet. Das kam der Polizei verdächtig vor. Darum werden jetzt alle untersucht. Es könnte nämlich sein, dass das sog. Kriminaltouristen sind. Ich suche jetzt einfach, ob sie hier verbotten Dinge mit sich führen dürfen. Waffen, Drogen oder sonstige Gegenstände, die sie nicht mit sich führen dürfen. Obwohl es alles akribisch durchsuchen, findet sie nichts Verdächtiges. Die Männer sagen, sie sollen zum Arbeiten in die Schweiz kommen. Sie dürfen gehen. Ein abwechslungsreicher Einstand für Nandowietrich. Jetzt kommt die Büroarbeit. Auch ein grosser Teil des Polizeiberufs. Das erste Fazit? Jetzt hat sich nochmals bestätigt, dass alle Polizisten in Baselbiet ähnlich ticken und dass überall mit derselben Mentalität gearbeitet wird. Das finde ich super und das macht mir Freude. Also es ist definitiv ein Traumberuf. Nach 17 Jahren auf der Baselbieter Strasse sagt Yves Chapuis, Polizisten seien wirklich ein Traumberuf, aber auch einen, der nicht spurlos an einem vorbeige. Beruflich habe ich vor, bald das möglichste Mal in den Innendienst zu gehen. Sprich, die Nachtdienstbelastung und die Wochenendebelastung. Dass ich dort ein bisschen nach 17 Jahren mal eine andere Situation erlebe. Bei der Familie ist es halt auch nicht immer gleich toll. Mein Partner hat im Moment noch einen Montag bis Freitag Arbeitstiten. Und ja, ab April 2022 arbeitet er auch eine Schicht. Ich bin gespannt, wie es dann auswirkt, ob man uns überhaupt noch sieht. In einem Jahr Ausbildung sind aus Zivilisten Polizisten geworden. Jetzt kommen sie in ihrem neuen Alltag an. In einem Alltag mit immer neuen Menschen, neuen Geschichten, neuen Fällen. Nei, es hört nicht auf. Es kommt immer wieder der nächste Fall. Aber kein Fall ist gleich wie der andere. Und von dem her, es ist jedes Mal eine andere Geschichte dahinter. Und das macht es im Allgemeinen spannend. Untertitelung des Zivilges